hey freunde damit kommen wir zur eiserner bauer woche 8 herausforderung phase 3 von drei bringe ein truck zusammen blumes farm starten wir mal rein in eine runde ich markiere euch das mal hier oben neben dem bauern laden wäre das so beziehungsweise über den bauern laden ich lande jetzt hier in dirty dogs und ich mache das ganze im gruppen keil modus da in den anderen modis war einfach kein freier lkw verfügbar bzw waren die alle gesperrt mit dieser rad kralle so jetzt suche ich mir hier den der meisten sprit hat der hat noch weniger ok dann nehmen wir den blauen so hier links hoch dann rechts rum und hier runter gehen da unten stehen auch noch welche wir hier mal gucken naja sehr schön der hat noch mehr ok es sollte nicht passieren so und los hier nochmal markieren da kommt auch schon der sturm ich hoffe wir schaffen das noch ok und rein in den sturm so und da vorne wäre das auch gleich jetzt wird der sprit schon langsam knapp ok und genau ab hier zählt das schon na damit wäre die aufgabe auch erledigt wenn ich euch damit weiterhelfen konnte lasst mir gerne ein like und ein abo da und bis dahin sehen wir uns zum nächsten clip ciao